Im Korruptionsprozess um die frühere argentinische Präsidentin hat die Justiz Haftbefehl gegen Cristina Fernandez de Kirchner erlassen. Für die Richter ist es erwiesen, dass ihre Regierung Bestechungsgelder von Baufirmen im Austausch für öffentliche Aufträge erhalten hat. Es ist bereits der sechste Prozess gegen Kirchner. Ins Rollen brachte die Affäre eine Lokalzeitung, die die Aufzeichnungen eines Fahrers von Kirchners Unterstaatssekretär veröffentlichte. Demnach sollen Taschen mit Bargeld in Millionenhöhe in die Regierungsgebäude oder zum Privatsitz der Kirchners geliefert worden sein. Zu befürchten hat die Ex-Präsidentin wohl nichts. Als Senatsmitglied besitzt sie Immunität und ist so vor einer Gefängnisstrafe geschützt.